Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Projekt Nämlich Shones of the Forest Ah, ich wollte das ganze Spiel, habe ich mit GamerKuchenTV damals Oder Spino-Man? Weiß nicht Ähm, habe ich damals mit GamerKuchenTV, ich sage jetzt einfach mal, habe ich Dann ist er das geguckt Und dann habe ich gleich irgendwo schon spürt, das Ding zu kaufen Oder habe ich noch keinen Steam-Account, deswegen musste ich erst mal einen machen Ich habe seit gestern Abend, hause jetzt heute um 9 Uhr, nehme ich das gerade auf Ladescreen sind sie natürlich sehr lange Ich habe auch schon ein kleines Häuschen gebaut Virginia war schon einmal da Und diese Kannibale, oder Ureinwohner, wie Grong sagt Ähm, die sind sehr dumm Die haben, die eine hat einen Stamm ins Wasser geschleppt und ist daran gestorben Ah, Mann, wir haben eine olle Nacht Sorry, dass ihr gerade nichts seht Ah, Calvin Calvin, die wandeln in der Timeline So, da sind die Fische noch da, ja, irgendwie So, survival Ach, Calvin Na perfekt, ist noch alles dort Aber ich habe Durst und Hunger noch Das ist ein Survival-Band, ich muss noch mal Fische neben den Kumpach beißen Ah, die haben die Hände nicht gelegt Die sind dann auch noch Die sind bloß noch nicht Kinder gerecht, glaube ich Ich weiß nicht Auskehren, der ist irgendwie in der Hände Ach, da ist er Ich würde auch sagen, dass er ein bisschen Er lacht irgendwie Er kriegt irgendwie Schaden dabei Oh, Calvin Hier Oh, warte, ich bin gerade an Das war mein Ja! Ja! Ja, das war Altengab und HochenTV. Mehr kommt auch gleich. Jetzt müssen wir die Folgen auch beenden. Fuuuck! 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 Ich war von Kralibalen verschleppt, danke! Fuuuck! 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 Das soll erstmal nur so ein kleines Video von TV sein. Morgen geht's immer richtig weiter. Mit Gärmer KuchenTV. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss Ulkowski!